Hallo und herzlich willkommen bei Folge 7 hier von Dying Light, Stay Gags hier, Tag 9, Folge 7, wie schon gesagt. Glocke drauf in die Kommentare, wie geil ihr das Spiel auch feiert, was ihr davon haltet und kommentieren, liken. Let's go, weiter geht's. Mittendrin haben wir aufgehört, weil ich vergessen hatte, die Folge zu stoppen, vorher die andere. Deswegen gehen wir sofort wieder ran an den Speck hier, an den Speck. So, mal kurz, zack, stopp, start. Let's go. Speck wird hier bei uns dick geschrieben, äh, groß geschrieben. So. Ich war nicht eben da gemütet, oder? Ich hatte gemütet paar Mal fürs Husten hier. Ich hab, glaub ich, die Anzeige nochmal gemacht, gell? Für Tag 9, Folge 7. Ich weiß halt nicht, ob sich das immer lohnt hier, das Ganze. Also das Looten von den kleinen Zombies lohnt sich eigentlich gar nicht mehr. Die haben ja nichts. Aber die einzelnen Schränke wären, glaub ich, nicht schlecht. Und gibt es hier nicht so ein, so ein Zimmer, wo es verseucht ist? Mit diesem schönen... Gift, wo man da noch was rausholen kann. Oh ne, also ich hab jetzt keins gefunden. Darf ich hier runterspringen? Aber dann war glaub ich nur runterspringen hier. Wo, 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 wo. Die zweite Tür ist eigentlich die zweite Tür offen hier? Ne, ne? Ist hier echt kein so ein Chemieding, oder was hier? Da ist das hier. Scheint nicht so zu sein. Kein so ein Chemie-Teil. Garni, was geht? Ich suche doch diese Etage. Ach, hier ist das. Hä? Wie konnte ich nur vorbeigelaufen? Ähm, wieso bin ich nur zehnmal vorbeigelaufen irgendwie? Ist doch immer so. Zack, zack, zack. Eigentlich so ein bisschen heilen wäre nicht schlecht, oder? Für die Mad Kids hier, auf dem ich jetzt nicht voll bin, egal. Ein paar Heimstoffbehälter hier holen. Zwei, zwei, drei Main-Story-Quests habe ich gemacht. Mache ich ein paar Side-Quests, ein bisschen Air-Drops. Hä? Ich habe es doch vorhin schon... Was? Moment, Moment, Moment. Warte. Es ist doch... Ein Stepperd, oder was? Hier. Jetzt hat. Ich habe es doch vorhin schon gehabt, irgendwie gerade. Ich habe es doch vorhin schon gehabt. Ich muss immer wieder mehr husten, das nervt ein bisschen. Ich muss immer einen Minuten zum Husten. Unangenehm. Das ist immer im gleichen Schema aufgebaut und ich bin immer verwirrt, wenn ich hier bin. Ich bin immer verwirrt, wenn ich hier bin, muss ich sagen. Orientierung ist bei mir gleich minus 0,20.000. Bin ich jetzt hier reingekommen, oder nicht? Bin ich denn genau reingekommen? Ne, hier bin ich reingekommen. Aber hier geht es auch nicht weiter. Hä? Warte mal. Ich muss nur mal hinsetzen kurz. Schluck trinken. Immer links halt irgendwann geht es raus. Meinst du? Meinst du? Ich müsste gerade so oft krass husten, dass ich schon irgendwie so komisch sehe. So kurz schwarz gesehen habe. Ein bisschen verwirrt bin ich gerade. So, warte mal kurz, mal kurz die Pause machen. Okay. Du sagst... Immer links halten. Ich bin jetzt, muss ich ehrlich sagen, gar komplett verwirrt. Ich habe das doch einfach ohne Probleme immer geschafft, hier rauszukommen. Jetzt bin ich gerade ein bisschen durcheinander. Hä? Hier sind ja auch diese Türen. Hä? Ich dachte, ich bin auf der anderen Seite richtig. Jetzt hat, oder? Was ist das denn? Kannst du mir kurz helfen? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich bin doch hier schon ein paar Mal drin gewesen und immer irgendwie habe ich die Tür gefunden. Aber irgendwie bin ich jetzt immer auf der falschen Seite. Ich bin immer noch dabei, mich zu erholen vom letzten Husten. Ich habe so krass gehustet, dass ich kurz schwarz gesehen habe und jetzt tränen meine Augen noch mehr. Aber egal. Alles perfekt. Weiter geht's. Nur bin ich jetzt gerade hier lost. Hier vielleicht? Also hier komme ich ja her eigentlich. So, das habe ich vorhin aufgemacht. Dann bin ich hier runtergegangen. Da komme ich her. Und dann bin ich hier rein. Okay. Dann bin ich hier rein. Normalerweise geht man einfach bei der gleichen Tür wieder, also bei der anderen Tür raus auf der anderen Seite und dann ist man doch eigentlich da. Aber hier ist zu. Und verwirrt. Oben bringt es mir ja auch nichts, wenn ich hinkomme. Da komme ich ja her. Und hier habe ich es ja schon aufgemacht. Und hier unten. So, einmal gehe ich hier raus, wo die Treppe ist und wo das Ding ist. Achso, hier. So ist er doch, dass ich hier raus muss. So, jetzt gehe ich eins tiefer und dann ist die Tür wieder da. Genau, dann kann ich die aufbrechen hier. Ach, Aufzug. War das jedes Mal der Aufzug oder war das nicht einfach nur runtergehen? War das immer der Aufzug? Safe? Mich ist jetzt auch durcheinander gebracht. Ich habe mich das jetzt durcheinander gebracht hat hier. Moment, ich habe es wieder wussten. Der ist eh nicht, gell. Aber nicht gleich. Ich habe jetzt den Aufzug gar nicht gedacht. Ich habe einfach nur Ding drücken müssen. Kuh drücken müssen. Dann ist er gesehen. Aber ich war gerade so heftig verwirrt. Glaubst du gar nicht? Ich hatte so einen kurzen Aussatz irgendwie. Man musste, immer wenn ich einen Satz zu Ende reden wollte, muss ich kurz müden, weil ich voll den Hust entfallen hatte. Mehrfach. Unangenehm. Ich habe doch Faden verloren. Ich habe doch Faden RIP. Wieso Kampf? Oh. Ich habe eine Waffe in die Hand. So, ich möchte noch ein bisschen looten hier. Aber ich habe meistens die Taschen schon voll. Bis man demnächst wieder einiges. Wow. Wieder einiges verkaufen. Ich habe eigentlich in deinem Leiter nie was verkauft. Meistens nur beim Herstellen. Gebraucht und dann nachher. Und dann nachher halt wieder gesammelt. Oh, sogar zwei militärische Kids. Krass. Das ist kaputt. Das ist kaputt, sage ich euch. So, hier würde ich dann schon rausgehen. Aber ich wollte noch ein bisschen was loten hier. Gibt es noch bestimmt ein paar Sachen, die ich vergessen habe. Das glaube ich, habe ich nicht genommen, gell? Das meine ich. Den Krüschl. Nee, nimm doch. Nacht ist vorbei. Schattenjäger willkommen oder was sagst du? Was könnte man denn eigentlich verkaufen? So. Ich habe immer Schiss, wenn ich was verkauft hätte, das ich dann nachher brauchen würde. Aber ich glaube, so Stofffetzen und sowas kann man doch verkaufen. Ich kann so viel nicht looten, Stofffetzen glaube ich, kann ich mal verkaufen. Die komme ich doch eh dauernd dran. Das ist immer doof, nicht looten zu können dann. Das ist Harz. Okay, Harz kann ich auch nicht mehr looten und Dings da. Okay. Harz und Stofffetzen. Stofffetzen. In der Nähe. Was ist das? Das ist auch wieder Stofffetzen. Genau, habe ich ja schon gesehen. Hier weiß ich nicht, was drin ist. Okay. Muss doch noch nicht alles so weit haben. Ja, das wäre Ultra, gell? Aber man hat ja gar kein Lager hier. Nur für die Waffen halt. Aber ich glaube, das war in Horizon 1 nicht so, gell? Ich mitbekommen habe. Das war glaube ich eine Neuerung für Horizon 2. Jetzt bin ich immer gespannt, was mich hier erwartet. Das ist immer was Besonderes. Boss, sogar ein Kreischer. Ja, das ist nicht schlecht. Das ist witzig. Mal schauen, was mich jetzt hier erwartet, was für ein Ding hier ist. Oh, mit so einem kleinen Drexer auch hier. Aber kann ich, glaube ich, schaffen mit dem. Ja, natürlich. Jetzt. Yo, 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 yo. Schattenjäger. Oh, wow, 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 wow. Ach du kacke, Oiler. Schattenjäger am Start hier. Und der Großte war immer noch nicht down. Weil die Schüsse nicht gereicht haben. Ja, der muss der Schüder nachladen. Kann ich jetzt Schüder nicht machen. So, ich komme nicht zum Nachladen, Oiler. Kannst du dir nicht vorstellen, ich komme nicht zum Nachladen. Lad doch einfach nach, das Ding. Also. Okay. Oh. Oh. Spawnen die einfach so außerhalb der anderen Spawns oder wie ist das? Spawnen die auch außerhalb der anderen Spawns oder was? Eispickel, was ist das? Wieso habe ich da für Scheiße heute? Hä? Kannst du dir nicht vorstellen. Kann auch sein gell? Kann auch sein ja, dass er zum Gebäude als Herausforderung gehört. Was halt nicht nett ist, sage ich euch. Aber zwei? Ja zum Glück. Zum Glück. Sonst hätte ich ihn niemals geschafft hier. Und jetzt nochmal da runter gehen. Mal schauen, dass wir da ein bisschen aufräumen. Schön gebufft. Ja ok, Level 1 haben wir wieder genommen. Ist noch einer da? Man sieht ja so dunkelrot sind die ja. Ja da ist noch einer. Lass mich doch, lass mich doch runter. Hallo? Lass mich runter. Hier war doch nicht einer. Ich dachte hier der in der Ecke. Kann sein ja. Kann sein die Drecksauung, dass er hinter der Tür wartet. Also Stofffetzen auf jeden Fall verkaufen und irgendwie nutzen. Dann brauche ich ja gar nicht so speziell farmen hier, wenn ich sowieso so oft nachts unterwegs bin. Auf der Straße mich herum treibe. Ich dachte ich hoffe mich jetzt hin so halbe Stunde fahren wissen. Macht ja auch Bock auf Stufe 3 oder so. Aber hab jetzt so viel schon gesammelt. Einfach bei den normalen Aktivitäten. Jetzt kommt er dann. Jetzt wird's halt geil. Das ist ja komisch, dass ich mit meinem Dietrichsgrind ja da mal Mitte der Schlösser eigentlich aufheften kann. Das ist schon alles so viel geworden. Keine Ahnung, ich mach einfach irgendwas. Ich hab sowieso die ganzen Fähigkeiten. Das sind einfach zu viele Tasten. Okay, das ist auf jeden Fall geil. So, dass ich dann nochmal das Rutschen und Springen ist geil. Aber es sind einfach zu viele Tasten und Dinger und alles. Ah, aus der Landung springen. Ja, du rufst da an Schicke und sagst, hey das geht nicht mehr gescheit und dann. Und dann schickst du dir das Ding per E-Mail. Ganz normal wirst du auch normal machen. Also du was zurück schickst. Naja, schickst es zurück und fertig. Na klar. Da gibt es dieses Service da, dass du angerufen werden kannst. Dann rufen sie dich an. Die Hotline ruft dich an, du musst trotzdem warten. Ja, sagst dann, hey bla bla. Hältst die Bestellnummer offen. Erzählt dann ein bisschen und sagst, ja. Und dann in den meisten Fällen. Ich hab's ja noch nie anders erlebt. Sagt er, hey. Okay, ich mach das fertig und entweder das Geld zurück. Oder das neu. Was ja auch okay ist. Dein neues Logitech Ding oder was? Über das wir damals gesprochen haben. Ja. Kannst du ja dann. Ich glaub das ist. Der hat meistens das System nur die Möglichkeit anzuklicken hier. Ähm. Dingsbums. Geld zurück. Willst du ein anderes oder das gleiche? Oder diesmal das Wireless, oder? Ist das denn vom Preis her gleich? Ist das denn vom Preis her gleich? Wir Level 7 sind. Ich hab echt Glück gehabt, dass der Schattenjäger Level 4 war, oder so. Ja, guckst halt. Schaust halt. Echt, gibt's sogar Karton, ne? Okay, das ist ja ganz wild sowas. Ja, gut. Okskja parle. Entschelas, hier. Oh, Fiss! Jo, der schickt dir dann die ganz normale E-Mail, dann kannst du den Scheiß hören. Dann fertig machen. Das ist aber ganz cool mit dem angerufen werden, finde ich immer witzig. Von sowas wird man gerne angerufen. Warte, ich muss diese komische Level-1-Ding wieder wegschmeißen. Kannst du dir nicht vorstellen. Ja, ich würde diese Machete gerne behalten. Für immer. Wir können es ja zum Ziel machen, in den nächsten Stündchen das zu holen, diesen Talisman da. So, mal Aufnahme, Pause machen und dann uns ein Video anschauen und dann das machen, oder was? Warum habe ich mich bloß freiwillig gemeldet? Oh, du bist dran. Er hat das getan! Sag dich schon, hallo! Krass, das ist schon riesig die Karte. Ich bin ja in einem ganz anderen Gebiet als vorher. Ja, ich will halt den Talisman haben, damit ich die Waffen reparieren kann. Man kann halt die Artefaktwaffen reparieren. Das sehen wir aber in der nächsten Folge. Auf jeden Fall. So geht das nicht hier. Damit ist diese Folge zu Ende. Abonnieren, kommentieren, liken und die Glocke. Bis zum nächsten Mal.